Seid mir gegrüßt, meine lieben Devil Hunter, zur Review von Chainsaw Man, Kapitel 151, die Rückkehr von Chainsaw Man. Im letzten Kapitel 2023 ist es endlich soweit, Denji verwandelt sich wieder in den Chainsaw Man. Doch wie kam es dazu, das erfahren wir in diesem Kapitel und da beginnen wir erst einmal mit der Antwort darauf, wer ist eigentlich dieser Teufel gewesen, der im letzten Kapitel die Special Division angegriffen hat. Einige haben ja schon vermutet, das ist Whip Girl bzw. der Whip Devil und tatsächlich ist es der Whip Devil, was mich so ein bisschen verwundert hat, denn diese wurden ja eigentlich im Grunde alle damals von Quang Si getötet. Und wenn ich von diese rede, dann meine ich alle Weapons und tatsächlich Swordman, Spearman, sie sind alle wieder auf den Beinen und konfrontieren jetzt an dieser Stelle Denji. Im Übrigen haben die Mitglieder der Special Division alle überlebt. Die meisten liegen am Boden und sind nur noch so kaum am Leben, während Fumiko ja ausweichen konnte, jetzt aber als Geisel genommen wird, auch natürlich aus dem Grund, dass Denji sich in den Chainsaw Man verwandelt. Ja, eine verzwickte Situation und da versucht man natürlich jetzt weiterhin, Denji herauszukitzeln, denn sie sagen auch, alles was wir hier tun, dass wir das Apartment in Brand gesteckt hat, dient nur einem Zweck, und zwar, dass der Chainsaw Man wieder zurückkommt und dass der Chainsaw Man stark genug sein wird, um später gegen den Death Devil, wegen der Prophezeiung von Nostradamus, zu kämpfen. Aber Denji, der ist natürlich in der Zwickmühle, denn er darf sich ja nicht verwandeln, sonst würde die Special Division, also die öffentliche Sicherheit, Nayuta töten. Also, was soll er tun? Er weiß es nicht so ganz und er ist einfach nur noch sauer auf die Leute, während jetzt Nayuta sich einschaltet. Sie nutzt ihre Kontrolle an Barem, der scheinbar hier auch auf dem Boden liegt und sehr lange Haare hat, das hat mich so ein bisschen verwundert, und wir merken direkt, die Kontrolle wirkt auf Barem nicht. Und wir bekommen auch direkt die Antwort, woran das liegt, und zwar Barem steht immer noch unter Kontrolle von Makima. Und jetzt wird es komplett verwirrend, weil im Grunde ist Nayuta ja die Reinkarnation von Makima, aber sie ist nicht Makima. Also Makima ist dann doch nochmal ein anderer Charakter als sie, aber im Grunde sind sie doch dieselbe Person, weshalb Barem jetzt auf Nayuta losgehen kann, sie auch am Hals packen kann und hochheben kann und ihr das nochmal erklärt. Ja, ich stehe immer noch unter der Kontrolle von Makima, deswegen kannst du mich nicht kontrollieren. Und Miss Makima, wie er sie nennt, ja, das ist immer noch seine große Liebe. Also er stand nicht gezwungenermaßen unter der Kontrolle von Miss Makima, sondern mehr oder weniger freiwillig, wahrscheinlich auch wie die ganzen anderen Weapons. Und auch das hatte den Grund, Denji so stark wie möglich zu machen. Denn er behauptet nämlich hier, dass Makima eigentlich Recht gehabt hatte. Und wir erinnern uns ja an das Ende von Part 1 und diesen mega krassen Chainsaw Man, der ja unbesiegbar war, der sollte eigentlich gegen den Death Devil kämpfen. Und der hätte wahrscheinlich den Death Devil auch ohne größere Probleme besiegen können. Aber jetzt haben sie natürlich ein großes Problem. Makima wurde getötet, wurde verspeist von Denji, sie haben jetzt nur noch Nayuta, die eben nicht in der Lage ist, Makima zu sein in dem Sinne, und sie haben ebenfalls nur noch einen geschwächten Chainsaw Man. Und deswegen ist das der Grund, warum sie tun, was sie eben tun. Und da Nayuta jetzt hier Probleme hat, wird Denji natürlich wütend. Er will sie befreien, aber Nayuta möchte das im Grunde nicht. Also man merkt auch hier, Nayuta ist dagegen, dass sich Denji in den Chainsaw Man verwandelt. Sie kann sich aber selbst befreien, indem sie jetzt ihre Kontrolle auf einen an dem Boden liegenden Special Division Agenten anwendet. Und der schießt Bahram erst mal in den Kopf. Mittlerweile gehe ich davon aus, Bahram wird auch nicht tot sein, der wird auch nochmal zurückkommen als Flamethrower Man. Genauso wie die anderen, weil so etwas Einfaches tötet einfach nicht einen Teufel. Wir müssen echt da mal eine Regel dafür festhalten. Und es wird ja auch hier sich so ein bisschen über die Special Division lustig gemacht, dass da so ein großes Chaos herrscht, dass sie einfach den entkommen konnten. Da passt wirklich keiner auf. Und was macht eigentlich Quang Si? Was ist mit dem Nail Devil, den wir dort kennengelernt haben? Oder was ist mit anderen Agenten der Special Division? Ich weiß, ich weiß, die haben gerade alle Hände voll zu tun. Aber irgendetwas hat doch Prioritäten, oder findet ihr nicht? Dass sich Nayuta befreit hat, hat aber noch mehrere Gründe. Nicht, weil sie einfach nicht gewürgt werden wollte von Bahram, sondern sie möchte halt verhindern, dass Denji sich verwandelt. Denn Denji, der ist hier komplett im Zwiespalt. Auf der einen Seite wird Nayuta hier festgehalten, oder bis vor kurzem wurde sie noch festgehalten. Auf der anderen Seite wird Fumiko festgehalten, vom Flamethrower Man. Scheinbar hat auch Denji Gefühle für Fumiko. Also im Grunde hat er ja für alle Mädels in Chainsaw Man so seine Gefühle. Je nachdem, welches Mädel und wie groß die dann an dem Sinne sind. Also er möchte auf jeden Fall nicht, dass die in Gefahr geraten oder diese sogar sterben. Wir wissen ja alle, wie die Vergangenheit von Denji ist, wenn er alles schon verloren hat. Er hat Himeno, Power, Kobeni in gewisser Weise ja auch, da sie sich ja zurückgezogen hat. Makima in dem Sinne noch. Aber Denji, der hagert jetzt hier mit sich. Er greift sich schon an die Brust. Er will den Auslöser, den Trigger ziehen. Und dann begegnet er Poshita. Poshita sitzt dort und lächelt ihn an und winkt ihm zu. Und in dem Moment wird Denji wieder der kleine Junge, der ihm zurückwinkt. Also dann die Stelle, wo er Poshita kennengelernt hat. Und am Ende ist es soweit. Er reißt sich sein Hemd ab und er reißt dabei auch den Trigger. Und er verwandelt sich in den Chainsaw Man. Und er beginnt zu lachen. Und das versteht Nayuta nicht, denn sie fragt hier, warum lachst du, Denji? Das ist ganz einfach, weil es das ist, was Denji über die letzten Kapitel, über die wir uns ja auch so ein bisschen durchgequält haben, die ganze Zeit wollte. Er wollte wieder der Chainsaw Man sein. Und jetzt hat er sich dazu überwunden. Er ist in sich gegangen quasi. Er hat quasi auch ohne Worte nochmal mit Poshita geredet. Und das ist eben das, was Denji ist. Was Denji sein möchte. Was Denji glücklich macht. Nämlich der Chainsaw Man zu sein. Und im Hintergrund sehen wir immer noch, dass das Apartment abbrennt. Und teilweise gibt es scheinbar auch Explosionen durch das Feuer ausgelöst in diesem Apartment. Auf der einen Seite haben wir jetzt die Weapons stehen. Und auf der anderen Seite einen lachenden Chainsaw Man. Was eigentlich im Grunde nur bedeuten kann, im nächsten Kapitel werden wir einen großen Kampf bekommen. Nämlich die Weapons gegen den Chainsaw Man. Und wie es dann weitergeht, naja, das werden wir dann wahrscheinlich erst später herausfinden. Weil das Ganze wird natürlich Konsequenzen haben müssen. Seitens der Special Division, der öffentlichen Sicherheit. Auf der anderen Seite muss man vielleicht Denji zugute halten, dass sie es selber auch nicht hinbekommen haben. Das ist ja ein großes Thema. Das haben sie ja Denji versprochen, dass sie es alleine hinbekommen, dass sie den Chainsaw Man nicht mehr brauchen. Wobei man natürlich auch hier die Frage stellen muss, auf welcher Seite steht die öffentliche Sicherheit überhaupt? Denn im Grunde müssten sie ja dafür sorgen, dass Denji stark genug ist, um gegen den Death Devil aus der Prophezeiung von Nostradamus zu kämpfen. Oder glauben sie nicht an die Prophezeiung, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann. Denn sie haben ja direkte Informationen von Femi bekommen. Und Yoshida müsste es ja auch wissen. Aber er ist ja auch dagegen, dass sich Denji verwandelt. Warum ist Nayuta jetzt dagegen, dass sich Denji verwandelt? Hat sie Angst um ihr eigenes Leben? Oder weiß sie, dass es nicht so gut ist für Denji? Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch Asami Taka und der War Devil. Und die Prophezeiung oder beziehungsweise die Idee sieht ja vor, dass sowohl der Chainsaw Man wieder stärker werden muss, als auch natürlich der Kriegsteufel, also der War Devil Yor. Und die dann gemeinsam den Death Devil besiegen werden, was für mich wahrscheinlich dann das große Highlight von Part 2 von Chainsaw Man sein wird. Was hoffentlich noch nicht das Ende von Chainsaw Man sein wird. Aber wir warten mal ab, was Tatsuki Fujimoto geplant hat. Das nächste Kapitel, ich habe es ja im Grunde schon angekündigt, das war das letzte offizielle Kapitel in diesem Jahr. Das nächste kommt erst am 9.1., also in drei Wochen von diesem Video aus gesehen. Ja, da müssen wir eine lange Zeit ohne Chainsaw Man auskommen. Aber ich hoffe, das wird direkt mit einem Hammer-Kapitel starten, das neue Jahr. Und ich hoffe, ihr freut euch auch darauf. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Kapitel. Seid ihr froh, dass der Chainsaw Man jetzt endlich wieder da ist? Oder sagt ihr, das war eine komplett falsche Entscheidung? Ich bin gespannt auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert meinen Kanal für mehr Chainsaw Man Reviews, auch im Jahre 2024. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr bleibt Chainsaw Man gebogen, genauso wie ihr mir gebogen bleibt. Ich bedanke mich für euer Einschalten und Zuhören. Ich sage Ade.